Hallo willkommen zu diesem Video, heute geht es um die Schalker Fanszene. Fangen wir bei den Gruppierungen der Schalker Fanszene an. Sie feuern den S04 mittig in der Nordkurve an, wobei die Hugos ganz rechts der Nordkurve stehen. Die größte Gruppe ist die Ultras Gelsenkirchen, die 2002 gegründet wurde. Daneben sind noch die Hugos, Malerjungs, FDC, Junge Chaoten und die Blue Boys. Freundschaften pflegen die Schalker zum 1. FC Nürnberg, Comiti Skopje, FK Vardar Skopje, Mazedonien. Ultras VAKP, Twente Enschede, Niederlande, Nuova Guardia, US, Salernitana, Italien. Enschede ist eine Freundschaft, welche ebenfalls von mehreren Generationen getragen wird. Skopje und Salerno primär von den Ultras Gelsenkirchen. Rivalität besteht zum BVB, Köln, RWE, Bayern München und zum VfL Bochum. Noch ein paar Punkte über Verein und Fanszene. Mit über 160.000 Mitgliedern ist der FC Schalke 04 der zweitgrößte Fußballverein in Deutschland und die Lizenzspielerabteilung ist eine der letzten eingetragenen Vereine in der Bundesliga. Die Ultras Gelsenkirchen, welche sich 2002 gründeten, sind ein Zusammenschluss der Gruppen Kommando 4. Mai 1904 und Radikale Minderheit. Ultras für GE Die Ultras Gelsenkirchen organisieren in unregelmäßigen Abständen soziale Aktionen für Einrichtungen oder Vereine in der Stadt. Der Erlös, welcher durch die Aktionen Weihnachtsmarktspenden eingenommen wird, kommt Institutionen der Stadt zugute. In der Vergangenheit wurde das Geld oder die Sachspende an örtliche Fußballvereine oder Karitativen Einrichtungen in Gelsenkirchen gespendet. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Video fandet und was für Fanszenen ihr als nächstes sehen wollt.